Ihr? Stiegis Nummer? Ja, wir können auch um Stiegis Nummer wetten. Ich versteigere dann einfach seine Nummer. Seid ihr dann dabei? Ah, easy. Ja, dann haben wir es ja. Deal, Chad, deal. Warst du schon mal hier? Was ist denn los, Großer? Weißt du, wer heute spielt? Meine Nummer? Nee, 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 nee.